Minimal invasive Chirurgie Effizientes OP-Management Unter wirtschaftlichen Aspekten ist der Operationssaal der zentrale Punkt, ein entscheidender Faktor der Rentabilität eines Krankenhauses. Die Problematik der Ressourcenplanung zur optimalen Nutzung eines Operationstraktes und einer Kostentransparenz ist vielfältig und hochkomplex. Die hohen Investitionen bei Installation für alle erforderlichen Geräte, für Medizintechnik oder Instrumentarium müssen profitabel genutzt und gemanagt werden. Eine höhere Effizienz und eine Optimierung bzw. Perfektion der Prozeduren und der patientenorientierten OP-Abläufe ist nur durch das perfekte Zusammenspiel aller Ressourcen zu erreichen. Der Real-Time-OP mit garantierter Effizienz. Karl Storz Orchestrion Harmonie auch für Ihren OP. Karl Storz Orchestrion beinhaltet mehrere Module. Modul für die Einsatzplanung Die Planungsanwendung RPM dient der automatischen Steuerung von Patienten, Instrumenten, Verbrauchsmaterialien, Personal und Räumen. Mit dem Ziel, den OP-Durchsatz zu steigern. RPM optimiert Arbeitsabläufe und erleichtert eine optimale Planung. Ressourcenkonflikte lassen sich vermeiden. Rimm im Auftrag des ZDF, 2020 Das Steuerungs- und Lokalisationsmodul SLM ermöglicht durch Ortung von Ressourcen eine taskgeführte Operationssteuerung in Real-Time. SLM ermöglicht durch diese Lokalisation von allen Personal- und Geräteressourcen eine aufgabenorientierte Arbeitssteuerung und eine extrem flexible Planung. SLM ermöglicht durch diese Lokalisation von Ressourcen. Instrumenten-Management-Modul Mit dem IMM und einer automatisierten Nachverfolgung werden komplette Lebenszyklen von Instrumenten dargestellt und so eine optimierte Bestands- und Lagerhaltung möglich. Eine perfekte Verwaltung und klare Transparenz aller Kosten der Lager, Lieferungen, Verbrauchs- und Servicekosten wird mit dem Instrument-Management-Modul erreicht. Eine gezielte Zuordnung zu jedem Fall lässt sich exakt umsetzen. Anästhesie-Management-Modul Mit dem IMM werden Prä-, Intra- und Postoperative Vitalparameter und Medikamentenverbrauch bei jedem Eingriff exakt dokumentiert und können einem bestimmten Konto zugeordnet werden. Dokumenten-Management-Modul Dieses Modul beinhaltet zahlreiche innovative Funktionen bei der Generierung und Zuordnung von diagnostischen und therapeutischen Daten, sowie aller Bilddaten. Eine Vereinfachung bei der Erstellung von Arztbriefen und Berichten. Hier ist ein effizienter Informationsfluss gegeben. Der Orchestrator-Prozess-Kontroll-Bus ist die zentrale Komponente zu allen Modulen und Anwendungen. Der verbindende Organizer des gesamten Datensystems. Die Management-Module stellen gesammelte Daten in drei Komponenten. Mit frei definierbaren Scores übersichtlich dar. Generierte Daten und relevante Faktoren lassen sich für die verschiedenen Ressourcen grafisch darstellen. Mit dieser Transparenz ist eine Prozessoptimierung möglich. Engpässe können beseitigt werden und die Ressourcennutzung wird optimiert. Alle erhobenen und dokumentierten Daten werden in Real-Time ausgewertet. Dies ermöglicht eine exakte Kostentransparenz für jeden Eingriff und die Erstellung realistischer Optimierungsstrategien. Alle Funktionen machen Karl Storz Orchestrion zu einem Kontroll- und Steuerungssystem, das Prozeduren um den Operationssaal optimieren kann. Und es ist ein Garant für eine perfekte Effizienz. Karl Storz Orchestrion Zukunftssicherung für Ihr Krankenhaus Karl Storz Karl Storz The Diamond Standard The Diamond Standard Vielen Dank.